In diesem Video zeige ich euch, was das EVA-Prinzip ist und dass es überall Anwendung findet, was mit dem Computer zu tun hat. Wenn ihr was am Computer macht, dann gebt ihr über die Tastatur oder die Maus irgendetwas ein, im Computer wird das verarbeitet und auf dem Bildschirm oder anderen Ausgabegeräten ausgegeben. Diese Triade von Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe heißt das EVA-Prinzip oder auch EVA-Prinzip und das ist ein grundlegendes, essentielles Prinzip für alles, was mit dem Computer zu tun hat. Es gilt für den Computer im Allgemeinen, aber auch für jedes einzelne Programm und jede einzelne Funktion. Wenn ihr zum Beispiel jetzt bei diesem Video hier auf den Pause-Button klicken würdet, dann wäre der Klick, die Eingabe, intern müsste verarbeitet werden, worauf der Klick abgezielt hat, nämlich der Pause-Button, das müsste erstmal herausgefunden werden, und was der Pause-Button macht, nämlich das Video anhalten und das wäre dann die Ausgabe, nämlich wenn das Video dann pausiert wird. Im letzten Video habe ich euch schon gezeigt, wie man eine Eingabe entgegen nimmt, verarbeitet und ein Ergebnis ausgibt und genau damit will ich jetzt hier weitermachen. Wir werden gleich ein Eingabefeld zeigen, wo man eine Zahl eingeben kann oder alles andere, aber halt wir wollen eine Zahl haben. Dann werden wir daraus die Quadratzahl berechnen und die ausgeben. Öffnet dazu wieder die Konsole. Wenn ihr die Videoserie bis hierhin gesehen habt oder zumindest die letzten drei Videos gesehen habt, dann habt ihr alles, um zu wissen, wie ihr das macht. Die Quadratzahl, nur um das in Erinnerung zu rufen, ist einfach, wenn man eine Zahl mit sich selbst multipliziert. Also zum Beispiel 5 mal 5 ist 25 und 25 ist dann die Quadratzahl von 5. Alles andere, wie man ein Eingabefeld aufruft, wie man so ein Dialogfenster erstellt, wo man einen Text ausgibt, das habe ich euch alles bereits gezeigt. Das heißt, ihr müsstet jetzt quasi wissen, wie man das macht, um zu dem Ergebnis zu kommen, zu dem ich jetzt hier kommen möchte. Das heißt, ihr solltet jetzt wirklich das Video pausieren am besten und es mal selbst versuchen und nur wenn ihr nicht weiter wisst oder wenn ihr es geschafft habt, dann könnt ihr das Video weiter abspielen. Ansonsten zeige ich euch jetzt, wie das geht. Um ein Eingabefenster aufzurufen, schreibt ihr prompt, runde Klammer auf, dann soll der Text sein, gib eine Zahl ein, runde Klammer zu und enter. Das hatte ich euch im vorletzten Video gezeigt. Und das Ganze wollen wir, das Ergebnis wollen wir in einer Variablen schreiben, die ich mal Eingabe nenne, damit wir auch im Nachhinein noch auf die Eingabe zugreifen können. Das hatte ich euch ja im letzten Video gezeigt. Jetzt haben wir also die Eingabe hier zur Verfügung, 5, und davon wollen wir die Quadratzahl berechnen. Das heißt, wir rechnen die Eingabe mal Eingabe. Auch das speichern wir am besten in einer Variablen, ich nenne die mal hier Quadrat und dann geben wir das Ganze aus mit der alert-Funktion und schreiben die Quadratzahl von Eingabe ist Quadrat. Und herauskommt, die Quadratzahl von 5 ist 25. So einfach geht das. Nochmal mit einer anderen Zahl, nehmen wir mal 8, dann berechnen wir das Quadrat und geben das aus. Die Quadratzahl von 8 ist 64. Etwas schwieriger und komplexer wird's jetzt, denn wir nehmen zwei Eingaben und verarbeiten die und rechnen daraus die Summe, die Differenz, das Produkt und den Quotient. Das heißt, das ist einfach, dass ihr die beiden Eingaben addiert, voneinander abzieht, miteinander multipliziert und die eine Zahl durch die andere teilt. Also eigentlich auch total einfach, aber es ist halt ein bisschen mehr als bei der Aufgabe eben. Wieder gilt, wenn ihr die bisherigen Videos gesehen habt, wisst ihr bereits, wie es geht, also versucht's erstmal selbst. Es könnte allerdings sein, dass ihr auf ein Problem stoßt. Pausiert einfach das Video, probiert's aus und guckt, wie weit ihr kommt. Ansonsten zeige ich das jetzt. Also, wir haben diesmal zwei Eingaben, das heißt, ich nenne die Variablen der einen Eingabe Eingabe 1 und da nehme ich einfach wieder 5 und dann haben wir eine zweite Eingabe, da nenne ich die Variable Eingabe 2 und schreibe, gebe eine zweite Zahl ein und da gebe ich diesmal 4 ein. Wir wollen jetzt Summe, Differenz, Produkt und Quotient berechnen, ich fange mal hinten an. Quotient bedeutet, dass ich die eine Eingabe durch die andere Eingabe teile, funktioniert sehr gut. Dann haben wir das Produkt, das heißt, ich nehme das miteinander mal, funktioniert auch ohne Probleme. Differenz heißt Minus und das ist auch richtig. Und jetzt die Summe ist Plus und da kriegen wir 54 raus, aber 5 plus 4 ist nicht 54. Woran liegt das jetzt? Wenn wir uns mal die Eingaben angucken, hier ist Eingabe 1, hier ist Eingabe 2, sehen wir, dass da Anführungszeichen drumherum sind, das heißt, das sind Strings und um Strings aneinander anzufügen, benutzt man das Pluszeichen, das hatte ich ja im letzten Video bereits gezeigt. Und das Programm, das hier unseren Code, den wir hier eingeben, ausführt, glaubt nun, dass wir nicht die Zahlen, die hier in diesen Strings stehen, miteinander verrechnen wollen, sondern die Strings aneinander anfügen wollen. Und deswegen gibt er ein String zurück, wo 5 und 4 aneinander angefügt sind. Bei den anderen Rechenzeichen macht er das nicht, weil die keine Bedeutung für Strings haben, sondern steht da, ah, es geht hier um Zahlen und nutzt dann den entsprechenden Zahlenwert aus den Strings, das heißt hier 5 und 4, um die dann miteinander zu berechnen. Wie lösen wir das Ganze? Wir müssen die Eingaben zu echten Zahlen machen. Und da gibt es eine neue Funktion und die heißt parse. Parse ist englisch für analysieren, verarbeiten, so in die Richtung, und wir können entscheiden zwischen parse int, int kommt von Integer, was Ganzzahl heißt, oder float. Float kommt von Floating Point Number oder Fließkommazahl und bedeutet, dass wir da eine Kommazahl rausbekommen. Wir sind glücklich mit kommalosen Zahlen und das heißt, dass wir hier ruhig parse int nehmen können. Und wenn ich jetzt dieser Funktion parse int unsere Eingabe übergebe, dann habe ich keine Anführungszeichen mehr drumrum und das ist hier auch blau im Gegensatz hier zu dem roten String. Das bedeutet, das ist jetzt eine echte Zahl. Was wir also machen können, ist, dass wir, nachdem wir diese Eingaben aufgenommen haben, die Eingaben zu echten Zahlen verarbeiten. Und dasselbe auch für Eingabe 2 und dann funktioniert es auch mit der Addition. Statt jetzt, wie bei der Aufgabe eben, für die Rechnung, für die Verarbeitung eine eigene Variable anzulegen, schreibe ich alles in eine Zeile. Das heißt, wir nutzen wieder die Alert-Funktion und schreiben die Summe ist … und jetzt setze ich Klammern. Dadurch wird das quasi gekapselt und ansonsten könnte das Programm, das diesen Code ausführt, auch wieder denken, dass wir bloß die Zahlen an den String anhängen wollen und so funktioniert das nicht, weil zuerst der Inhalt der Klammern ausgerechnet wird und das Ergebnis angehängt wird. Also ich kann das ja mal zeigen, wenn ich die Klammern weglassen würde, würde der wieder bloß die Zahlen an den String anhängen und mit Klammern rechnet der zuerst den Inhalt der Klammern aus und hängt dann das Ergebnis an den String an. Das ist die Summe. Als nächstes will ich einen Zeilenumbruch und das ist ein Sonderzeichen hier. Wir machen ein Backslash und danach ein n. Das steht dann für New Line und dann kommt die Differenz ist Eingabe 1 minus Eingabe 2 und wir sehen, hier ist jetzt ein Zeilenumbruch und der Rest ist in einer neuen Zeile. New Line bedeutet nämlich neue Zeile. Danach kommt wieder ein Zeilenumbruch und das Produkt ist Eingabe 1 mal Eingabe 2 und wieder eine neue Zeile und der Quotient ist Eingabe 1 geteilt durch Eingabe 2. Und voila, jetzt haben wir das gewünschte Ergebnis. Eine kurze Sache noch, wenn wir das Ganze nicht mit Zahlen machen, sondern hier spaßenshalber einfach mal irgendwas anderes, zum Beispiel Buchstaben eingeben und dann die restlichen Schritte durchlaufen, dann bekommen wir überall nan und das steht für not a number, was zu deutsch nicht eine Zahl oder halt keine Zahl heißt. Das bekommt man in JavaScript immer, wenn man irgendwie versucht zu rechnen, aber dabei keine Zahlen verwendet. Das war's auch schon in diesem Video. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr sowas hinbekommt. Dein Name ist länger oder dein Name ist kürzer als mein Name. Da werdet ihr was neues kennenlernen, nämlich if und else, auch bekannt als conditional statements. Das ist ebenfalls eine sehr wichtige Sache, also schaut euch das Video an, klickt dazu einfach hier in die Mitte in das große Feld oder falls ihr dieses Video hier in einer Playlist anseht, zum Beispiel bei css3html5.de, bleibt einfach dran.